So, Shakes and Fidget. Meine Hoffnungen, dass ich den nächsten Dungeongegner, nicht die auf S14, sondern auf S20 schaffen werde, sind soeben rasant angestiegen. Als ich, vorher kämpfe ich noch gegen die Baumspinne, kann man sich auch mal die Mobs alle ansehen, das sind ja so viele verschiedene eigentlich. Das Album hüpft da zwar ab und zu, aber die Mobs kennt man eigentlich nicht. Als ich ihn in den Zauberladen gesehen habe und dort erblickte ich den goldenen Schädelring des Käpt'n Blaubart. Der Legende nach hat dieser Ring Käpt'n Blaubart gehört, sagt ja schon der Name. Hier gegen alle Attribute tausche ich das aus. Schade, dass es hier nichts im Waffenladen war, nichts auf der linken Seite und hier tausche ich alle Attribute aus, obwohl der nächste Gegner eine Intelligenzgegner ist, aber trotzdem, das gibt mir insgesamt doch 60 Geschick, 60 Ausdauer, 60 Glück mehr, 61 sogar. Das ist schon eine ordentliche Portion. Im Level gestiegen bin ich auch und wow, ein 333er Geschickring wäre hier auch noch, falls dann demnächst ein Geschickgegner kommt, aber nein, das ist jetzt mein bestes Epic, das werde ich so schnell nicht austauschen. Hier hätte ich noch Geschick Schuhe, auch mit 333, aber die kosten 100.000 und für 100.000 muss man schon überlegen, da könnte ich mir sogar dreimal Geschick kaufen, habe ich drei Punkte mehr, plus 25%, ob das die 10 Geschick wert ist, die ich dafür mehr bekommen würde, weiß ich nicht. Ob ich da nicht doch eher in die Skills investieren soll? Schwere Entscheidung, wieso kostet das so viel? Da wäre mir sogar lieber 20.000 Gold und ein Pilz oder so. Ja, ich kaufe sie mir jetzt einfach. Gut, die kann ich ja noch verkaufen, das kommt ja auch noch dazu. Was ist danach gekommen? Vielleicht irgendein neuer Bogen? Wie sieht es da aus mit meinem? 432 Waffenschaden gäbe es da schon was und ich habe 408. Ein Wahnsinn, wie schnell die Items hier immer alt werden. So, aber jetzt brauche ich kein Geld mehr. Das heißt, das kann ich jetzt noch ausgeben. Intelligenz habe ich schon ordentlich gepusht, das ist jetzt sehr teuer. Glück muss noch nachgeholt werden ein bisschen. Denn als nächstes wartet hier der Drago und das ist nicht, wie man vielleicht erwarten möchte, ein Krieger, sondern ein Mage. Mit etwas Glück ist er definitiv schon schaffbar. Ja, da dürfen nur von seiner Seite aus nicht so fette Treffer kommen, wie der gerade eben. Aber ich sehe es ja bei anderen Spielern, die haben den schon bezwungen. Also kann, wow, also kann ich das auch schaffen. Mit 1655 Glück trifft mich der hier so oft kritisch. Wow, also das darf nicht passieren. Solche fetten Treffer darf mir der hier nicht verpassen. Aber die Magier-Dungeon-Gegner sind ja bekannt für solche fiesen Aktionen. An solchen Magiern beißen sich die Kundis dann auch immer wirklich die Zähne aus. Das sieht man ja da noch immer. Wenn der Magier dann besiegt wurde, gehen die nächsten drei Dungeon-Etagen dann auch locker. Moment, mal schauen, kann ich vielleicht irgendwas mit meinem Equipment machen. Ich habe hier nur Geschick, Geschick, Geschick. Vielleicht der Bogen, aber der ist noch mal viel schwächer. Na, das kann ich nicht machen. Den Bogen reinnehmen. Da hätte ich zwar noch mal einiges mehr Ausdauer und mehr Glück, aber 50 Waffenschaden weniger. Ich kann es nicht machen. Drei Versuche mache ich so. Ich schaue es mir mal an. Na, da mache ich viel zu wenig Schaden. Da bringt mir mein Leben mehr auch nichts. Nein, das kann ich nicht machen. Der wird dann sowieso bald weggeworfen wahrscheinlich, dieser epische Bogen. Ins Klo aber. Yo, also der ist echt eine harte Nuss hier, der Dragoa. So hart hätte ich gar nicht gedacht. Hätte ich schon geglaubt, dass da einige bessere Versuche dabei sein werden. Stufe 235 ist der. Ja, der zum Beispiel. Der war jetzt gut. Solche hätte ich mir eigentlich gedacht, dass da jetzt öfter kommen werden. Aber anscheinend irgendwie nicht. So, was sagt die Toilette? Aura 6 schon wieder. Obwohl das ein neuer Server ist. Nicht schlecht, wie schnell man da eigentlich nachzieht. So. Jetzt ist die Frage, ich meine die Epics, ich spare sie mir noch einen Tag auf. Mal schauen, vielleicht brauche ich ja den All-Attribute-Ring noch. Ich schmeiße erst mal hier die Glückswaffe hier hinein. Oh, Glückswaffe, die könnte ich ja nehmen. Ho, ho, ho. Man kann hier sogar in der Toilette ausrüsten. So verkaufe ich jetzt eh nicht die falsche. Glück. So, rein ins Klo. Und, jo, dann nehme ich hier noch schnell eine Quest an. Dann gebe ich mich mal vorerst gegen den Dragoa geschlagen. Was habe ich hier noch? Ein Lebensdrang. Der ist mir letztens sowieso abgelaufen. 26.06. Ja, das ist schon wieder bald. Den sollte ich erneuern, denn wir wollen auch bald wieder den nächsten Gilden-Dungeon starten, weil der vorige doch so locker geklappt hat. Jetzt plus noch neue Waffe bekommen. Geskillt auch wieder. Einiges. Nein, Stadtwache möchte ich nicht. 80.000 pro Stunde gibt es da momentan für mich. So, was mache ich jetzt mit meinem Gold? Ich gebe es aus, glaube ich. Und zwar hier. Ich schaue mal hier kurz ins WC. Aura 9 und Füllstand ist auf 100. Jetzt weiß ich aber nicht, wann ich mich von dieser Stichflamme hier trennen soll. Und sonst habe ich nur drei Intelligenz-Items. Die will ich mir ja aufheben für den nächsten Dungeon-Gegner. Also ich kann hier mal anziehen. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Auf wie viel komme ich dann? 7529. Habe ich hier vielleicht ein Intelligenz-Item noch? Ja, den Hut, aber den habe ich schon. 516. Ja, wegen einer Intelligenz mehr kaufe ich den nicht. Ausdauer. Nein, da ist nichts. Aber ich will meine Apics sowieso nicht alle austauschen. Dann habe ich wieder kaum Ausdauer und Glück. Hier. Heinrich, die Zauberfee. 8.000 Intelligenz. Da brauche ich mindestens 8.000. Ohne dass dabei Ausdauer und Glück zu sehr vernachlässigt wird. Deshalb, auch wenn es jetzt schon wirklich extrem teuer ist im Vergleich zu den anderen Sachen, skille ich hier hauptsächlich Intelligenz. Einfach weil der nächste Gegner ein Intelligenz-Gegner ist und da bringt es dann doppelt was. Kann man eigentlich so sagen. Obwohl Geschick ist auch wieder extrem weit hinten. Aber Geschick brauche ich momentan nicht. Maximal hier jetzt vielleicht in der Ehrenhalle. Da schlage ich mich momentan wirklich sehr akut. Sehr standhaft auf Rang 104, 105 herum. In die Top 100 habe ich es noch nicht geschafft. Da suche ich mir mal wieder einen. Boah, die sind hier alle sogar mit Goldrahmen. Die sind hier alle schon so hoch. 286. Aber der hat miese Tränke. Aber mit 8.200 Geschick. Gegen den werde ich wohl nicht ankommen. 271. Ja, ich bin viel zu niedrig eigentlich für die Top 100. Oh, der hat sehr viel vom Dämonischen Schlachter-Set. Nice. Dem fehlt ein Trank und der Stufe 251. Den könnte man schaffen. Cerberus. Mal schauen gegen einen Krieger. Der macht momentan recht schlechte Angriff fest. Selbst mit Crit nicht so viel Schaden. Cerberus. Jawohl. Da habe ich wieder ein Opfer sozusagen gefunden, das ich angreifen kann die ganze Zeit. Man muss sich immer einen Spieler suchen, den man zu großer Wahrscheinlichkeit schafft. Den kann man dann abfarmen sozusagen. Und der gab auch gerade was für Sammelalbum noch. Was kann das gewesen sein? Die Puppe mal nicht. Die habe ich selber. Vielleicht die dämonischen Handschuhe. Das könnte sein. Ich bin nämlich erst bei 96% gerundet hier mit meinem Magier. Habe ich Queste hier jetzt mal weiter. Kann noch 10 mal trinken. Jetzt 9 mal. Boah, manchmal sind wirklich sehr schlechte Quests dabei. Was ist hier für ein Gildenkampf? Der Ranzigen. Na, die Ranzigen müssen wir aber leicht schaffen. Die schauen ja wirklich sehr ranzig aus vom Level her schon mal. Bei uns wird fleißig gelevelt. unserer niedrigster Stufe 99 finde ich sehr fein, wie brav hier schon die gesamte Gilde levelt. Also auf S14 Spiele Trend ist schon top dabei, muss ich sagen. 114, dann gleich 126. Da steigt das Level wirklich extrem schnell an dann in den unteren Reihen. Kann man definitiv schon mal den nächsten Gilden Dungeon dann, glaube ich, in die Wege leiten. Ein kleiner Versuch. Wäre es doch wert. Ich glaube, den starte ich jetzt einfach direkt. Ich meine, am Gold mangelt es ja nicht. Am Ende Maximum ist ja 10 Millionen Gold, was man in der Gildenkasse haben kann. Die hat man ja schnell immer. So, und jetzt das Ende schon von uns in Sicht. Noch 4 Spieler sitzen auf der Ersatzbank. Jetzt noch 3 und das schaffen wir locker. Wir haben ja wirklich jetzt schon einige High-Level-Spieler auch dabei. Und da macht der Fabi M das noch. Am Ende 2 Helden des Tages mit je 13 Besiegten. Der Retter und Piranha. So, und jetzt schaue ich mal. Roxy Lady, 5 Pilze gespendet. Nice. Da können wir dann als nächstes. Es muss noch Gold ausgebaut werden. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal den 20. Raid, oder? Ist das zu übertrieben? Nein, den starten wir jetzt einfach mal. Kostet 1,8 Millionen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Sollten wir den verlieren. Quest läuft. Fein, fein. Was macht S17, mein Krieger? Der tümpelt auf Stufe 171 herum. Ist aber jetzt auch gar nicht mal mehr so schlecht ausgerüstet. Jetzt kann ich hier wieder mal ein Epik hineinschmeißen. Bin auch schon auf der 9. Aura und sogar viel höher noch als mein Magier, der auch Aura 9 ist. Also das ist mein höchster Aura-Charakter momentan. Wo ich bei der Hälfte momentan wieder bin. Aura 9, ein Halb sozusagen. So, hier habe ich den Laden noch nicht durchgecheckt. Eine Stärkewaffe. Aber die lohnt nicht. Da habe ich noch meine Epik vom Epik-Event. Das übrigens erst ab Level 50 stattfindet. Vorher findet man keine Epiks im Laden. So. Gold wieder zusammengespart. Das macht immer Spaß, alles auf einmal zu skillen. Was war nochmal der nächste? Oh. Ich erinnere mich. Der nächste ist ja hier auch der Int-Gegner. Da pumpe ich nochmal ordentlich die Intelligenz hoch. Hallo. Achso, ich habe kein Gold mehr. Ich klicke hier und denke mir, wieso geht da nichts weiter? Ich habe kein Gold mehr. Need more Gold. Give me Gold-Blix. Dann schaue ich mir mal den an. Stufe 171. Ob ich da mehr Chancen habe, als mit meinem Kundschaft auf S20. Uh. Obwohl ich ein Krieger bin und so viel Leben habe, habe ich da am Ende nicht mehr allzu lange ausgehalten. Ja, komm Junge. Was triffst du immer kritisch? Yes, komm. Jetzt. Vier Treffer und drei davon kritisch. Ich meine, hallo? Und ich habe so viel Glück. Ja, jetzt führe ich aber ordentlich. Nein, jetzt führe ich nicht mehr. Oh, ich hasse dich, Trago, der Sümpfer. Du bist so... Oh. Was war das gerade für ein Versuch? Der war so gut. Oh mein Gott. Aber den schaffe ich hier auf jeden Fall leichter. Ja. Okay. 23 Millionen. Fast 24 Millionen. Okay, nice. Natürlich kein Epic. Das wäre ja zu krass-o-Meter gewesen. So, wer ist hier als nächstes? Oh, schon wieder. Der Schwarzschädelkrieger. Noch einer von denen. Stufe 240. Ein Stärkegegner. Auweia. 2640 Stärke hat der. Puh, sah gar nicht so schlecht aus. Das heißt, hier werde ich jetzt Stärke noch pushen. Stärke und Glück. Das wird jetzt als nächstes angepeilt. Der war ja gar nicht mal so schlecht jetzt. Das ist der Versuch. Naja. Aber ein bisschen... Man merkt schon, ein bisschen fehlt noch. Also ein, zwei Level und ein paar Stärkepunkte noch. Vielleicht finde ich ja noch ein Epic. Ich bin ja der Tavernenglückspilz. So, hier muss ich auch noch weiter questen. Hier habe ich jetzt im Zauberladen nochmal einen Lebenstrank. Und einen Ausdauertrank. Beide mit Gold. Also den gibt es sowieso nicht mit Pilzen. Aber den mit Gold. Jetzt bin ich einmal überlegen, was ich mache. Ich muss auf jeden Fall irgendeinen verwenden. Vielleicht gleich den Ausdauertrank. Dann kaufe ich den nochmal. Und nehme ihn nochmal. Und dann kaufe ich den. Weil das passiert auch nicht alle Tage. Die zwei habe ich jetzt nur mit Gold gefunden. Aha, der eine gibt sogar 300 Gold im Verkauf. Und der nur 130 Gold. So, denn die spare ich mir schon zusammen. Ich habe auch schon 49 Pilze zusammengespart. Aha, wieso sind da 10 spendbar? Keine Ahnung. Und da möchte ich ja dann die Dungeons machen. Ich weiß nicht, wie weit ich es spielen werde. Weil in der Gilde momentan. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt einen Gildenkampf? Ja. Der Italian Mafia. Nicht mal gemeldet. Aber geschafft. Wuhu, yeah. Oh, okay. Die greifen anscheinend öfters an. Die pushen meine Ehre gerade nach oben. Vielen Dank. Genau, weil hier mit 50% Goldschatz und Erfahrungspunktebonus geht das nicht so hurtig voran hier. 41% Sammelalbum habe ich zwar. Aber, ja, mal schauen. War nicht das machenwert. 100. Bei 100 wollte ich es in etwa machen dann. 75 habe ich gesagt. 100. Ja, mal schauen, wie lange es noch bis 100 dauert. Vielleicht mache ich es sonst auch etwas vorzeitiger. Schlamm, blub. So, jetzt muss ich mal schauen, wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus. 164 ist heute definitiv noch drin. Sammelalbum fehlt mir hier auch. 1% fehlt mir in etwa. Da werde ich jetzt gleich nochmal kurz schauen, ob ich da irgendjemanden finde, der vielleicht was hat. Die habe ich alle schon. Oh, die Gitarre. Die muss neu sein. Also, die habe ich noch bei niemandem auf dem Server gesehen. Puh, der ist Dark Magic, muss ich mir merken. Vielleicht kann ich ein bisschen noch auf Intelligenz umrüsten. Naja, ich habe hier nicht viel zum Umrüsten. Nein, das passt schon. Dark Magic, aber eigentlich kann ich es gleich hier eingeben. Dark Magic. Ich hoffe, ich gewinne gegen dich. Oh, aber mit der Waffe wahrscheinlich eher nicht so. Bitte, ich brauche ein Item von dir. Ja, das war aber jetzt mehr Glück als sonst irgendwas. Aber okay, mit so wenig Ausdauer, der hat fast mehr Leben als ich. Ja, hui. Jo, wieder 0,06% dazubekommen. Also, 94% sind dringgerundet. 95% auch, kann man auch schon haben. Aber ob jetzt 1% mehr oder weniger, ist jetzt nicht so dringend. Aber ich bin nicht so fleißig mehr am Suchen. Wichtigste ist nur die Anfangsphase. Aber wenn man dann mal eine Woche lang 1% weniger hat, ist das nicht so tragisch. Hier haben wir sie, das Mordinstrument des Gitarrenhelden. Zwei fehlen hier noch. Das sind dann noch die, da müsste der Wischmob mir fehlen. Obwohl, den habe ich schon bei irgendjemandem gesehen. Moment, jetzt muss ich mal schauen. Hier gibt es ja sowieso so viele Magier. Der Wischmob irgendwo. Oh, die Dämonenhalskette, weiß ich auch nicht. Weil ich die schon habe. Wischmob, also den hat ganz sicher schon irgendjemand. Sicher muss ja. Es war ja schon Epic Event und alles. Da haben ja die Leute geblättert. Hier, Blizzard, Magic Dreams. Uh, 167. Nochmal höher mit dem Level. Und wieder so krass hier die Stats. Wegen fast full Epic. Okay, den werde ich jetzt nicht schaffen. Ich habe sowieso eine Tavernenquest laufen. Blizzard, naja, mal schauen. Vielleicht greife ich den dann an. Und hole mir dann den Wischmob auch noch. Und genau, Gildenkampf gibt es ja auch noch. The World of Weapons. Okay, die haben sicherlich nicht wir angegriffen. Sondern die greifen uns an. Wow, das ist aber auch eine heftige Sache. Denn das kostet ja 25.000 Gold, müsste das sein. Gegen eine voll ausgebaute Gilde. Das ist ja mal nicht schlecht, was sich die da hier leisten. Und der letzte, Stufe 101, Nick-Knock-Kommando. Ja, gut. Gewonnen. Aber jetzt, dass ich keinem Blödsinn rede, jetzt schaue ich hier mal kurz. Rang, bla bla bla. Die Eschweger, die ersten, könnte ich sogar angreifen. Hallo? Genau, Kriegskosten. 25.000. Dass ich hier nichts Falsches erzähle. Je weiter eine Gilde ausgebaut ist, desto teurer wird es, sie anzugreifen. Und die haben uns angegriffen und 25.000 dafür ausgegeben. Obwohl die nur so low waren. Okay. Auch gut. Naja, dann freue ich mich mal, dass ich mal einen Dungeon hier geschafft habe. Das ist epic. Auch nicht schlecht auf S20. Aber sehr schade, dass der Dragoa irgendwie noch nicht liegen möchte. S20 S20 S20